Musik Sehr geehrte Damen und Herren, Ich grüße Sie herzlich zu unserem Fachtag, liebe asiatische SeniorInnen, wie geht es Ihnen heute? Nach der Migration, nach der Einwanderung, nach der Einreise ist die Integration. Das ist Ihr großes Thema hier. Ich möchte aber nicht nur auf die Probleme, sondern auch auf diesen großen Beitrag, mein Augenmerk, richten, den die Menschen, die wirklich auch als Gastarbeiterinnen, als Vertragsarbeiterinnen geleistet haben, indem sie nach Deutschland gekommen sind. Sie haben dieses Land mit aufgebaut, haben einen ganz großen Beitrag im Wohlstand dieser Gesellschaft beigetragen. Musik Insbesondere um die Frage, welche Schwierigkeiten oder Ressourcen die Pflegebedürftigen oder ihre Angewirrten erlebten. Also was können wir alle tun, die wir schon SeniorInnen sind oder kurz davor sind, es zu werden, um die eigene Lebenswirklichkeit, vielleicht sogar die Pflege zu verbessern? Musik Ich weiß, dass es ein Gebirge gibt, um mich zu unterstützen, um uns zu empowern. Musik 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 Wir möchten gerne unseren Lebensabend ein bisschen angenehmer gestalten. Musik Applaus Musik 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 Musik